Der Methan hat mich gefragt über E-Mail, welcher Beruf ist jetzt sicherer? Der des Investmentbankers oder der des Fondsmanagers? Er steht kurz vor seiner Berufswahl und möchte sich entscheiden, in welche Richtung er gehen will. Mit seinem BWL-Studium hat er natürlich die Möglichkeit, beides zu machen, also endlich Investmentbanker zu werden oder endlich in die Fondsindustrie einzusteigen und er macht sich ein bisschen Sorgen, was jetzt besser zu ihm passt. Natürlich muss man das immer selber wissen, ich will nur ganz kurz abgrenzen. Im Investmentbanking hast du ganz andere Arbeitszeiten, du bist viel länger am Arbeitsplatz. Du musst gerade am Anfang auch Dinge machen, die dir nicht so viel Spaß machen, irgendwelche lustigen Actual-Sheets pflegen oder irgendwelche Powerpoint-Präsentationen, die am Ende in den Mülleimer wandern für deinen Director. Das ist ein anderes Business, du hast natürlich auch am Anfang einen höheren Einstiegs-Sold, kriegst hinten raus auch ein bisschen mehr, gerade wenn du in der Hierarchie dann hochkommst. Was du aber nicht hast, ist diese Performance-Verantwortung. Deswegen Investmentbanking ist tendenziell ein Geschäft mit mehr Risiko, aber auch mit mehr Ertrag. Teilweise, wenn das Geschäft nicht gut läuft, gerade eben wenn du über M&A oder Transactionbanking nachdenkst, momentan in der aktuellen Phase, wo ja sehr wenig passiert aufgrund der Pandemie, ist es natürlich so, dass du in diesem Bereich eher riskanter unterwegs bist, weil du vielleicht die Probezeit gar nicht überstehst, auch wenn du gute Arbeiten machst. Und da musst du auch damit rechnen, dass du 14, 15, 16 Stunden an schlechten Tagen mal arbeiten musst oder auch am Wochenende ins Büro kommst. Im Fondsmanagement, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ist es anders. Da hast du keine 16-Stunden-Tage, sondern da hast du am Ende 9 to 5 vielleicht ein bisschen mehr, also ein, zwei Stunden mehr, aber auch mit einer Mittagspause. Und du hast auch nicht diesen latenten Druck, dass du permanent jede Minute rausgeschmissen werden kannst, sondern da ist das Hauptproblem, deinem Arbeitgeber geht es gut, wenn die Assets nach oben gehen. Also wenn Geld in die Fonds investiert wird, dann wirst du eben da auch Karriere machen, langsam, stetig, nach und nach. Ein bisschen Glück und Pech ist auch dabei, ganz egal wie gut deine Performance ist, aber es ist deutlich weniger Risiko als im Investmentbanking, wo schon eine Higher-and-Fire-Kultur ist, wo es eine Up-and-Out-Kultur gibt, also wenn du da nicht extrem stark leistest, dann kommst du auch nicht voran. Wenn du im Asset-Management mal 2, 3 Jahre mit einer durchschnittlichen oder einer schlechten Performance hast, gerade am Anfang, naja, dann kriegst du nicht so viele Gelder, die du verwalten darfst, musst vielleicht mehr Analystentätigkeiten machen, aber das ist am Ende auch noch okay. Was da relativ riskant sein kann, wenn die Märkte deutlich fallen, also wenn wirklich der DAX sich halbiert und die Anleihenmärkte auch mal kollabieren, dann gehen die Assets raus aus deiner Gesellschaft und dann kommen die berüchtigten Kosteneinsparprogramme, naja, und dann ist auch der Beruf des Fondsmanagers irgendwo riskant. Also, Meta, kurze Frage oder kurze Antwort auf deine kurze Frage, wo ist mehr Risiko im Investmentbanking oder im Fondsmanagement? In deiner Karrierewahl, ganz, ganz klar im Investmentbanking. Würde ich dir mit meiner Erfahrung raten, unbedingt als Fondsmanager einzusteigen, kommt ein bisschen darauf an, wie sehr du die Kapitalmärkte liebst. Im Investmentbanking hast du wenig mit der Börse zu tun, du bist auf wenige Transaktionen, auf wenige Deals, auf wenige Analysen beschränkt, je nachdem, in welchen Investmentbanking-Bereich du da rein willst. Im Fondsmanagement hast du die Möglichkeit, die Märkte sehr weit zu sehen. Wenn du jemand bist, der sehr schnell Karriere machen will, der auch sich richtig reinhängen will, mach bitte erstmal zwei, drei Jahre Investmentbanking und damit kannst du immer auch noch gut Fondsmanager werden, gerade wenn du den praktischen Bezug zu den Märkten hast. Wenn du jemand bist, der die Märkte über alles liebt und am Kapitalmarkt Entscheidungen treffen will, dann ist, glaube ich, der Portfolio-Manager der bessere Einstieg für dich. Du kannst, wenn du zwei, drei Jahre dabei warst, auch noch ins Consulting gehen oder auch ins M&A oder auch generell ins Investmentbanking. Es ist dann aber schon schwieriger, du brauchst Zusatzqualifikationen, wie vielleicht ein MBA, den du machst, wie ein CFA oder ein PhD, also irgendwas, was du neben deiner Arbeit dann noch machst. Weiterbildung ist ganz klar auch im Portfolio-Management leichter noch, neben dem Beruf hinzubekommen, als im Investmentbanking, wo du wirklich damit rechnen musst, dass du eine Art Sklavenarbeit in den ersten Wochen und Monaten ausführen musst. Musst du wollen, ist natürlich auch ein cooles Umfeld mit coolen Leuten. Im Fondsmanagement hast du auch mehr Luschen dabei, aber im Investmentbanking bist du natürlich ganz oben in der Pyramide. Deswegen, die Entscheidung kannst du nur du treffen. Ich habe es niemals bereut, so lange auch im Fondsmanagement gewesen zu sein. Ich habe mich halt viel dann weitergebildet über andere Quellen außerhalb von der Arbeit. Das hat mir auch gut getan. Ich war aber auch nie der Typ, der 13, 14 Stunden am Tag arbeiten wollte. Ich war immer bereit, so viel Performance-Druck auszuhalten. Deswegen mehr Risiko, ganz klar im Investmentbanking, wie an den Märkten auch. Da aber auch dann mehr Chance. Deswegen, treff gerne deine Entscheidung und wenn du magst, stell mir auch noch weitere Fragen für. Frag den Fondsmanager und generell, wenn euch das Video gefallen hat, zur Frage Investmentbanking oder Portfolio-Management. Daumen nach oben und Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video bei Frag den Fondsmanager.